Herzlich Willkommen zu einer neuen Minecraft-Aufnahme. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Was wollt ihr für eine Scheiße machen? Man sieht ja schon, was im Hintergrund liegt. Ach, das ist gar nichts. Das ist ein Riesending hinter unserem LVT. Der ist wieder dabei. Dann haben wir unseren Philipp, unseren Mats, den Jussi und Gekka Bohr auch dabei. Auch Tobi, hallo. So, wo ist die sinnlose Bahn? Die sinnlose Bahn. Ja, die muss ich wieder hinsetzen. Die Lohre, die fehlt. Nein! Die ist weg. Nein! Nein! Wir trauern. Wir trauern. Aber wir haben jetzt einen sinnlosen Knopf hier. Hier kommen wir nicht lang. Wir haben einen neuen sinnlosen Knopf. Wie kommen wir da jetzt hin? Ach, hier. So, das ist ja ein riesen Monsterteil, was ihr da seht. Deswegen laufen wir dahinter, um die Spannung aufrecht zu halten. Oh, ich komm nicht mehr raus. Das ist einfach nur eine schräge Wand. Einfach nur eine schräge Wand. Einfach nur eine schräge Wand. Ich seh schon Zombies und Skeletze. Ja, ich seh auch schon ein paar Skeletze. Die bring ich um. Warte, komm wir hier rüber. Komm wir hier durch hoch. Komm, wir machen wir noch ein kleines Bette, oder? Wollen wir ein Bette mit? Hast du nicht ein Dingsi gemacht? Oh, nee. Von hier rum komm mal nicht. Hast du nicht vor einen extra Eingang gebaut? Nein. Jeder nimmt sich eine Steinschaufel, bitte. Nein, 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 nein. Ja, nee, jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen zeigen. Komm mal mit. Ach, Philipp, ich weiß, wie wir was sehen können. Da hinten. Ja, ich habe vorhin erst lang kein Creeper kommt, aber selbst das ist uns egal, so. Okay, gut, Philipp kommt nach unten. Philipp kommt nach unten. Nein, okay. Ja, hier sieht man es jetzt leider schon so ein Scheiß, ey. Geil. Was soll das für ein Raum hier sein? Ähm, da kommt irgendwas rein. Okay. Komm, wir kommen so Scheiß drauf. Komm, okay. Ey, du kannst doch hier vorne ein... Mach mal kurz ein Loch. So, hier. Gagabau durch. Nein, Tobi. Okay, ja, nicht auf. Also, ey. Also, ich starte von der Pole. Ich... Äh, warte, 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 ey. Los, los, los! Und der Aster, ja! Drückt meiner die Ampel da um. Ja, warte, ähm, dazu muss ich jetzt mal wieder raus hier. Okay, einfach, komm, wir machen jetzt mal ein kleines Rennen. Und zwar bis hinten... Warte, 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 ey, stell dich mal jeder auf einen Startplatz. Warte mal, ich setze da mal ganz kurz hinten eine Tür hin, ja? Bis dahin geht das Rennen, ja? Okay, und ich kümmere mich hier um die Startampel. Kannst du die nicht hochfahren mehr, die Startplätze? Alter, was hast du denn jetzt bei mir gemeldet, ey? Achso, ne, das habe ich jetzt weggebaut, weil da die ganzen Kommandostände hin mussten. Kommandostände, die habt doch echt, ey. So, es geht bis hier. Ja, sehr langes Stück, also hier hinten die Stadt. Und hier gerade. Ist aber auch das einzige, was hier fertig ist, ne? Ne, hinten die Boxen ein, Fahrt und Boxen aus war das schon fertig. Und die Boxen gab es so weit. Mach an, mach an, mach an. Warte, ich bin noch nicht da, Philipp. Komm, du Lapp, ey. Janik, helst du ja teleportieren können. So, Philipp startet hinten anscheinend von der 3. Philipp startet auf der 2. Eigentlich müssen alle ineinander starten, weil das ist ja das... Komm, nein. Wir machen einfach bis zur ersten Kurve. Ich habe ab deine Türen gebaut, da hinten. Nach der ersten Kurve. Ich starte von der 4. Warte, die Startampel geht an. Oh, die muss ausgehen, ne? Nein. Nein. Ja, eigentlich, ja, eigentlich, ja. Ich habe es auch... Ich habe es auch drauf gemacht, dass es nicht ausgeht. Ja, die Kier hat ja nicht aus. Hey! Ja, Töning und ich meine, ich kann ja auch TNT einbauen, dass es genau dann hochgeht und es losgeht, ne? Ich glaube, das ist noch eine Nuklearbombe. Du kannst sie auch von selbst aus machen. Wieso steht denn die Tür? Ja, bis dahin soll's. Wir sehen die auch 150 Meter, 100 Meter und 50 Meter. Das sind wir aber nur bei Yannick, weil Philipp das Texture-Pack glaube ich immer noch nicht drin hat. Ja, ich habe ein anderes Texture-Pack jetzt drin. Hey, meine Türen! Das ist SPH-AX. Ja, das ist Facts. Also, wir haben vor den Hockheim-Ring immer nachgebrochen. Und da hinten ist ja auch so ein Gebäude, wenn man da hinguckt. Das hat ein Mats gebaut, das ist echt keine Hobby, oder? Yannick? Welches Gebäude? Das ist ein Silberne Gebäude. Wo bist du denn? Wo seid ihr? Hier, umdrehen, umdrehen. Hier, umdrehen, umdrehen. Da kommt das Gebäude da hinten. Meinst du den riesen Tower da hinten? Ah, das sehe ich noch nicht. Das ist der Tempel. Das ist eigentlich ein Tempel, aber den sehe ich von hier nicht. Das sind wir für wen denn? Für Obdachlose oder was? Ja, jetzt sieht man bei mir den Anfang. Soweit lädt mein Spiel nicht. Ey, den habe ich einfach doch angefangen. Boah, der dumme Tür, ey. Ey, warte mal. Ich glaube, ich komme sogar noch auf die Strecke raus, ohne was kaputt zu machen. Okay, nein, komme ich nicht. So, jetzt sehen wir hier ein Stück vom Tempel. Der ist eigentlich ganz geil. Und wenn das hier fertig ist, dann haben wir hier so rennenpferdig gehen, ja? Naja, vielleicht kommt auch noch was anderes drin. Wir machen Pferderennen. Ey, wer schießt hier mit Feuerfallen? Du kennst mich doch, Yannick. Aha, getroffen. Da hinten ist Philipp, ich komme mal. Also, orange ist mit Force India. Ja. Das ist sauber. Sauber. Boah, Philipp, was ist das? Oh, Yannick. Blau ist Red Bull, rot ist Ferrari, dann kommt McLaren, glaub ich. Warte, lass. Ah, ey. Ich versuche die Pfeile einzusammeln. Das schwarze ist Lotus. Ach so. Lotus, ganz genau. Ich wollte das in eine andere Farbe nehmen. Ich wollte das braun nehmen. Die hätte ich jetzt auch nehmen können. Alter, hörst du auf? Ich bin fast tot, Mann. Ja, okay. Mal gucken, ob... Und hier seht ihr schon zwei Pferde. Ey, das ist das Pferde. Ey, das ist das Pferde. Ich bin extra Spur über den Pferd drüber. Was? Und hier hinten seht ihr ungefähr die große Fläche, die wir doch vor uns haben. Oh, yeah. Das wird ein sehr, sehr, man kann sagen, ein Megaprojekt. Ey, hier nicht das Megaprojekt. Ey, Junge, Geckerbohr. Geh von mir. Geh von mir auf mit dem Pferd ab. Warte, das ist meiner hier. Das ist mein Pferd. Nein, guck mal. Wer wird denn hier schon jetzt die Kurve gebaut? Das war ich. Ey, wo ist mein Pferd? Ja, da sitzt Geckerbohr drauf. Alter, Geckerbohr, gib mein Pferd her. Also, komm, wir gehen hier so. Komm, wir hier so rein. Komm, wir hier so rein, komm, wir hier so rein. Dann bin ich die Boxen lassen, Linie. Der in dementsprechend kann man bauen. Nein! Wir müssen doch so viele exekl- und dafür machen. Aber du möchtest ja auch nicht mitbauen, ey. Also, Tobi weigert sich immer doch damit zu bauen, wenn ich in Konzentrum schreibe, indem man ein bisschen Motivation geben wird. Woll mal zum Riesenturm gehen, wo das draufsteht? Woll mal zum Riesenturm gehen, weil, da haben wir auch nicht einfach mehr wegguckt. Komm, wir sagen, komm, wir sind jetzt mal eine Neuerung. er kommt ja ja nicht waren wir beide haben in den neuen turm da wurde an etagen eingebaut und die man müssten einen neuner erklären noch also sie hat so ein abgerätet soll ich für die bühne ist doch lange nicht fertig der er sucht ja lust hat alles so machen die er ist und genau das letzte kurve rum und was ist eigentlich mit dem pferd da hinten er ist auch das lange weile alter der lust hat mitzumachen der soll sich melden dabei also nur bei dem bau der arena meist bei der strecke bei der strecke der geboten dass der drückend von ihm bringe ich um da war die hälfte und ich würde mich noch von euch er mit der falsche Anfangen von Arie ist ein Moment der muss doch mal zu Ende bauen das ist ja eigentlich spielen der reine nicht werden ja Philipp kann er kein Wurzel bauen ordentlich sind was ist ein Scheißwürfel naja das ist nicht so einfach ein Würfel zu bauen ist einfach dafür das Display noch sie mir jetzt ein Mensch ärgere dich nicht wollten wir hier anfangen in dem Asien hat leider so wie er geht so wie er will ich er genau wie er will ich nicht aber er geht es ist halt hier mit wätschern und so und da musst du ihn wieder auch fertig bauen alter ich bin gleich tot ne warte er ist eine ganze arena gebaut worden wer das Glück gehabt ja wir haben er war ja wieder einmal in reisen er ist er halt für in der Runde ja und hier hinterher wollen auch wollen auch da wo man den Turm erkunden weil gibt es was hat denn da oben gebraucht haben wollte dann fachstuhl bauen ne da wollte ich was das noch weitere er sollte mir immer noch hin er ist aber noch nicht genau wenn wir uns das mal reingehen also wir haben das stein natürlich ja und auch da näher kann man aber auch Stadion das Ende ist aber wohlstehen aber hier hinten da darf ich aber die arena von Philipp genommen und kopiert hier hinten kommt nämlich ein Bogenkampf hier ist meine Overpowered Rüstung Philipp willst ne Rüstung haben hier in der kleinen Truhe ist ne Dior Rüstung drinne ey ihr sehn ja wirklich mehrere Gebäude Riesengebäude das Schwert nämlich auch ich wollte das Schwertes voll Strecker nennen weißt du und hier also falls Philipp oder Yannick jetzt reinkommen würden richtig lecker bohr ja hier kommt dann so Bogen-Arena hin ne Bogen-Arena ja ich suche halt was zu essen dieses Texter-Pack ist nicht so leicht zu verstehen ich bin weg hier warum ist das Texter-Pack oh ey hier ist es genau vor mit der Bogen-Arena man Leute ähm ja einfach mit einfach zwei Treten gegen einen anderen Bogenkampf halte ich auch da bin ich ja schlecht drinne Alter Gecker bohr so was ist noch neu ähm äh ähm äh da hinten ohne diesen Monster jetzt im Turm also generell haben wir ja im Turm hat sich was verändert aber das ist nebensächlich ich hab was viel geileres gebaut guck mal im Turm gibst du diese neuen Etagen ja wir haben jetzt überall Etagen reingezogen im Turm die Petra und die 16 ausbauen sollen Warte Philipp die Teleportieren was sind das nicht eine riesen Schlucht drinne ja das ist halt so wir haben halt die ganze ihr gerne haben wir uns in die beiden Inseln zusammengehauen ja für keine Ahnung wird wenn er vor Ort das war noch ein Monterturm wird sollten wir wollen hochgehen so und hier ist von normalerweise Monster und die kommen hier runtergesprungen das aber nur die Epi-Falle die auch hier sind sind alle dafür da damit um Monterdorps ja damit Teil der Scheiße da reintun kann doch mit meiner und das ist in der Mitte das ist hier ein Besprechungsraum nein in der Mitte da kommt die ich bin und die Tötet man dann halt ja und dann geht man die Epi Tobias abgestaubt hat ach hier haben einige Monate aus dem Kopf was die Treppen was sind die Prozent ich habe nach der Ehe Kälte an Bordertweil Kummer wo hochkommt weil ich hier oben und ich habe gemütetze ich mal sollte man nicht machen nein 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 du darfst keine Fackeln weil wenn du hier hoch gehst siehst du hier oben wie die Monster spawnen Achtung dauernd kommt gleich ins Skelett ich sehe wo ich bin wo bin ich denn oh Junge mach deine Augen auf geh mal deine Krami-Einstellung gemacht das hoch so und dann kann man hier halt die ganzen Sporn-Ebenen einfach noch so ein bisschen sehen ich gehe schon ein bisschen weiter wir haben hier jetzt noch das Haus das neue Haus von Matz und unser Beiderhaus hier daneben was war das Haus und wir haben uns auch noch ein Häuschen gebaut Tür geht auf Sesam und dann ist die noch meine Farm die die glaube ich auch schon voll gepflanzt ist ich weiß gar nicht nee das haben wir noch nicht fertig gehabt ja das ist unser Haus ist aber noch nicht so sehr fertig ja und im Turm wohne wohne ich in der Spitze vom Turm wohne so nicht da liege ich mal hoch ich sehe noch nix ich sehe ich immer zu mir zieht die Putzieren ey keine Ahnung warum ist einfach noch weiter hoch ja bis mal ganz oben zu meinem Bett ne und hier oben ist er nicht mein Bett du kannst alleine meine Gäste das war das andere Haus so dass er sich bei mir zu schauen weil es schon mehr da geht worden eingebaut aber dafür ist dann eben schon die Gruppe dafür ist der Weg aber da brauchen wir einfacher ja nach unten springst du einfach in der Hoffnung nicht zu sterben ja und Janik wenn du mal einmal kurz hier lang geht und dann hier vorne und hier vorne hin ja komm kommen wir meinen Anbau und dann wo du hier hoch ach so das hier ist ein Weg überhaupt sehr schön ja Treppe hoch und dann sieht man hier halt meine schönes Farmfeld ja genau das ist jetzt auf die ich stolz für meine Endmaschine die auch voll funktionstüchtig ist wo sie habe die Kartoffel noch nicht angepflanzt deswegen will ich die noch nicht benutzen nein ja nicht wir werden hier auf dem Ort und weil allerdings was fehlt oder was und da war es noch nicht vollgewandelt worden ist hier gebaut worden also ich hätte was denn noch ein Riesen-Turm so dass er den von Berlin auch er hat die Welt zurück und wenn man jetzt hier guckt dann sieht man das ist ein ein schöner Übergang zu der anderen Insel ist Dankeschön ich bin ich bin er hätte zu essen Alter die in der Augen nicht ich muss nur 128 Karotten Uwe die Runde auf der Lager und in der Keller auch hier ist ja auch wirklich nicht auch was den Juhn und mit dem Eichnern und siegenden Haus es hat Gekker wo sich gebaut er sich im weit eingenästet das hat er mit der meinten schwer bei ihr drinnen und bist du denn also dann hat er immer mehr von einem hause ist bei der haus gesucht durch aber auch eine neue gewollte Gebäude oder sie werden aber auch irgendwo soll es auch ein Weg geben sagt er kann werden alle Fülle er wird mit der Woche ich bin gerade auf in den Bäumen aber die sind glaube ich schweifern wo ich der Brothaus mit dem einen da hat er für die jahre zu mir ja ich war Ist da noch ein Schwert drin? Was machst du mit Diamanten? Als wenn du die Farms, ey? Diamant-Block! Vier-Säßiger-Stack-Diamanten! Zwei-Säßiger-Stack-Diamanten! Ist klar! Ach, hat er seine eigene Farm hier erst mal gebaut, ey? Ist klar, ey! Was für ein Cheat, alter! Ganz schnell raus hier, ey! Schlimm, oder? Schlimm. Ach, hier hat er sich noch eine Farm gebaut, der Herr. Geckerbärchen. Wo ist denn sein Haus? Ach, hier ist ein Baumhaus. Ey, wollen wir in dieser Folge einfach mal den, äh, den Wizard beschwören, den Wizard-Boss? Ist ja natürlich ne Idee. Nein, ist ein supergeilen End-Boss. Naja, war geil, ne? Der zerbastet alles hier, ne? Aber egal, komm, lass mal machen. Es gibt einen Eingang, Tobi. Ja, ich, ich find den nicht. Okay, was, wollen wir denn mal fertig machen, den Wizard-Boss? Hä? Alter, warte, warte. Wo bist du? Wo gehst du lang, Jan? Von welchen Bäumen muss... Ach, ich... War doch auf der Seite. Was ist das für ein Eingang? Zeig doch mal. Mann, hier ist so'n kleines Türchen. Ey, ich bin dafür, dass wir den Wizard-Boss jetzt einfach mal hier bei, ähm, Gackerboss sporen. Hä? Nein! Wenn, dann musst du dir den erkämpfen. Ja, ist eigentlich ein ganz nettes Haus bei Melekt's gerade. Ja, der... Ja, das Haus ist Hammer geil. Ding, welch auch nix vor. Na, Tobi? Undschüss. Ich will dich zu Yannick. Wie er sagt, undschüss und dann teleportierter sich zu mir. Nur fünf Blöcke weiter. Gacker wurde auch schon so'n bisschen was. Zum Beispiel mit Eisenbahn, der gehört jetzt mir. Nein, Spaß. Ich nehme lieber das Eisenerz. Hallo. Oh, ein Pokéball. Ach ne, erschaffe Höhlenspinne. Ja, ja, ja. Oh, ein Pokéball. Ja, der sieht im Texture Pack aus wie ein Pokéball. Und wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Jetzt sieht man erstmal hier, was das... Boah, hier an der Seite. Hier ist ein Eingang. Was das alles für Cheater sind hier. Ja, guck mal hier. Tobi. Guck mal hier. Hier ist jetzt nix mehr. Aber gerade eben noch erschaffe Höhlenspinne. Ja, ja, ja. Was ist echt hier überhaupt? Ich komm nicht mehr raus. Hab ich gefunden. Aber bei Gackerboss Häuschen. Bautle-Den-Gespieca? Die, 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 die Welt. Wie, die, die, die Welt. Wie, dieäher? Wie, dieäher? Also wenn, ihr jetzt äh, die euch hebt und ein Diamanten ist ja richtig entschieden, ey. Ja. Ich hab's nicht gemacht. Was sagst du dazu dazu, äh, Mats? Was? Hast du hier mal raus? Na, 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 na. So da schauen wir uns mal hier den schönen Weg. Hier hat dein Reitzen. GekTER권 hat extra Weg für uns gebaut, hat er gesagt. Tobi, ich sag nur EP von und Dir aus. an der Wettbewerb ist so wird die Erschwärter der Weg ist nicht schlecht also hier habe ich auch meine Karotten leicht beides ist schaut euch das an also da hat er sich Mühe das hat er hier gut gemacht noch schön mit dem Bäumchen Eier kann man sich kurz hinsetzen für die die es nicht so weit schaffen die meine Pause brauchen ich schaffe es nicht so weit bin alt ja hier macht Treppe runter und dann wieder Treppe hoch ich hätte auch eine Brücke bauen können Gekabor man hätte eine Brücke bauen können oh warte hier geht es links und nicht geradeaus dann wieder rechts und dann doch geradeaus könnte ein bisschen die Rennstrecke sein links oder rechts aber irgendwie wird der Weg immer dünner also ich passe da nicht mehr so durch wir haben ein bisschen Fett für die Wege Nein! ich wollte mal sagen den gehen wir hoch in Tobis Tower Gekabor ey ja also da kann man auf jeder Etage Monster töten wo geht es hier runter? wo geht es hier runter? wo geht es hier runter? oder gehe ich nicht hin? Eki was hast du hier oh cool wollen wir alle mal in meinem Whirlpool mal gehen? nur wir gehen jetzt erstmal in deinen Turm der Whirlpool ist in den Whirlpool der Whirlpool ist in den Whirlpool alle Gruppen ficken Hobi der Whirlpool ist in der Nacht dran erstmal gehen wir hoch auf den Tower okay der Whirlpool ist in der Nacht dran und oben hauen wir uns dann alle mit irgendwas und unten raus geht das am gobern der Whirlpool ist in der Nacht